Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Schwerin. Die Immobilie wurde 1936 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnfläche der Dachgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 57 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 99.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.